Mein Motiv, heute hier zu sein, ist einfach Teil der Entwicklung für Wasserstoffverbrennungsmotoren zu sein, wo ich überzeugt bin, dass es eine Technologie ist, die klimaneutral auf dem Markt und auf den Straßen einen großen Nutzen hat. Mich begeistert an der Technologie, dass sie Neues mit Altem vereint. Zum einen haben wir den Verbrennungsmotor weiterhin mit am Start, der eine bewährte Technologie ist und über Jahrzehnte und über ein Jahrhundert sich schon stetig weiterentwickelt hat und heute auch hofeffizient ist. Und zum anderen begeistert es mich, die Technologie insoweit voranzubringen, dass sie klimaneutral auf der Straße laufen kann in einem CO2-neutralen Umfeld. Ich denke, der Kundennutzen ist ganz klar. Zum einen kann der Kunde seine altbewährte Technologie weiterverwenden und weiter heranziehen. Das heißt, er ist sehr vertraut mit dem Bekannten und er tut der Umwelt Gutes bzw. hinterlässt einfach keinen CO2-Fußstapfen mehr.